Okay, Junge, jetzt kommt's drauf an. Denk daran, es gibt keine Unschuldigen hier, keine Gefangenen, keine Augenzeugen. Oh Mann, ich hab schlecht geschlafen. Ich hab Lust auf den Pfarrkuchen, Mann. Muss wohl davon geträumt haben. Ey, guck mal. Und wer ist der Neue? Du bist zurück, stimmt's? Ich weiß alles über dich. Offizier an den Sechst. Okay, Männer. Nur noch 30 Minuten bis zur Landung. Ich sage das jetzt nur einmal. Unser Ziel ist Roland Cain, Anführer des legendären Wolfsruders. Vor drei Jahren verschwand Cain spurlos. Danach hat ihn niemand mehr gesehen. Wir fanden ihn in der Kolonie auf dem Planeten da unten. Also, was die da unten machen, ist uns egal. Unser Auftrag ist einfach. Findet Cain und bringt ihn zur Erde. Punkt. Okay. Darf ich vorstellen, Turok. Turok? Turok wird uns bei der Suche nach Cain helfen. Er war Mitglied des Wolfsrudels. Ja, bevor er sie verraten hat. Klappe, Slade. Trau dem Lust. Okay, das war's. Machen wir uns bereit. Na dann mal los. Turok, du kommst mehr hoch. Folge mir zur Waffenkammer. Kommst du jetzt endlich die Leiter hoch? Klappe, du kommst mehr hoch. Ein-zwei-malen? Okay, der Mann flug. Alle Mann flüssen. Nein, ich lass. Willkommen, Gentlemen. Ihr dachtet wohl, ihr kämt in ein anderes Militärgefängnis. Aber der Plan wurde geändert. Ihr seid jetzt unter meinem Befehl. Für die Armee seid ihr nur ein Haufen brutaler Krimineller. Doch ich sehe Männer, die unter der richtigen Führung die besten Kampfmaschinen des Militärs werden können. Und für das Wolfsrudel brauche ich genau das. Und was sind wir? Eure Hunde? Du. Vortreten. Du bist Indianer, hab ich recht? Hast du gut erkannt. Entweder Chiloki oder Kaiowa. Ich schätze Kaiowa. Nimm mir die Handschellen ab und du wirst zerfahren. Steh auf. Steh auf. Steh auf, wir müssen weg. Komm schon. Der Weg ist blockiert. Nach unten ist die einzige Chance. Mir nach. Hier drüben müssten wir rauskommen. Los jetzt. Hey, ich brauche Hilfe hier. Er ist tot. Wir können nichts mehr machen. Weiter, weiter. Los, los, los. Bist du okay? Ich werde jetzt überleben. Also los, suchen wir den Rest des Schiffs. Vielleicht sind noch andere am Leben. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Bleib bei mir, dann schaffen wir es. Das war ein Saurier. Wir müssen noch Menschen, bis jetzt – los. Loosen Aunque. Genau. Wir müssen uns knowledge in den Schiff. Wir müssen uns alle entscheiden. Auch wenn, wir müssen uns wiedersehen. Wir müssenang峻er sein. Wo sind wir hier? Da! Siehst du den Rauch? Ich wette, da ist der Rest des Schiffs abgestürzt. Da müssen wir hin. Whisky Company, kommen! Jemand da draußen? Mist! Whisky Company, kommen! Whisky Company! Cole, Louis, Logan! Ist jemand da draußen? Hey, ich glaube, ich habe hier Rauch! Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.